Ich gehe davon aus, dass die Explosion unausweichlich sein wird, sogar egal welche Partei nun am Ende gewinnen wird. Das ist persönlich eine ziemlich krasse Aussage, denn ich weiß, alles dreht sich jetzt um die US-Elections, also um die US-Wahlen. Und zu Recht nur noch 7 Stunden, dann bekommen wir unser Ergebnis. Endlich! Das ist ein Event, wo insbesondere die Krypto-Favoriten drauf hingefiebert haben. Das ist der Moment, der entscheidet, ob wir in die extreme Gier fallen oder vielleicht sogar wieder in die Angst zurück. Genau das ist der Moment, worauf Wale warten. Das Geld in den Kryptomarkt zu schmeißen, das ist das Go. Denn in einem Punkt sind sich die Anleger eigentlich, wenn Donald Trump gewinnt, wird das Grün für den Markt. Und unser Aufwärtstrend kann fortgesetzt werden, bis hin zu den 100.000 US-Dollar, die dann auf jeden Fall erreichbar scheinen. Und falls Kamala Harris gewinnt, dann ist wohl alles vorbei. Und die Frage ist, ist es wirklich so, beziehungsweise was passiert, wenn Donald Trump gewinnt, was passiert, wenn Kamala Harris gewinnt? Und ist Polymarket eine so gute Ressource, um daraus Informationen zu ziehen oder sieht die Wahrheit ganz anders aus? Ebenso möchte ich auf die wichtigsten Charts drauf eingehen, worauf es nun wirklich ankommt und selbstverständlich vieles mehr. Und somit ein recht herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal TekkenKrypto. Freut mich, dass auch du heute wieder dabei bist. Und ich habe das Gefühl, dass es nur eine einzige Meinung gibt. Wenn Donald Trump gewinnt, wird alles pumpen. Wenn Kamala Harris gewinnt, wird alles versagen. Und dieses Thema möchte ich aufschlüsseln aus dem Grund, weil die Wahlen, wie gesagt, nur noch sieben Stunden von uns entfernt sind. Wir haben die unfassbar lange Wartezeit nun also wirklich vorübergebracht. Und das Ergebnis wird, denke ich mal, sehr interessant. Dementsprechend würde ich sagen, dass wir sehr gerne das tägliche Like da, sowie den täglichen Algorithmus-Kommentar. So wird es mir immer ausgeholfen. Lass uns auch heute wieder die tausend Likes knacken. Ansonsten starten wir gleich rein nach dem Disclaimer. Let's go. Eins können wir festhalten. Die Wahl hat einen riesen Einfluss auf die Märkte, insbesondere auf den Kryptomarkt. Denn wir wissen, Donald Trump ist extrem bullish auf Bitcoin und wird uns dazu verhelfen, Bitcoin hochzupushen. Zumindest wird das immer so kommuniziert. Da es aber gefühlt immer noch eine 50 zu 50 Chance ist und darauf möchte ich in dem heutigen Video auch nochmal darauf eingehen, ist es so, dass wir seit einer sehr langen Zeit, seit über sechs Monaten konsolidieren und es nicht schaffen, nachhaltig aus dieser Resistance auszubrechen. Das ist jetzt die Market Cap des kompletten Kryptoraumes und wir sehen es hier unfassbar gut. Wir haben es kurzzeitig geschafft, hier rauszubrechen, aber konnten die Resistance nicht als Support gewinnen und sind dementsprechend weiter nach unten gekracht. Was dazu geführt hat, dass sehr viele Altcoins nochmal stärker abverkauft sind. Aber da möchte ich den ersten Mythos mal aus dem Weg räumen und zwar Polymarket. Wir haben gesehen, dass Trump vor einer kurzen Zeit sogar auf 67% stand, währenddessen die Gewinnchancen von Kamala Harris auf 33% standen. Leider halte ich Polymarket nicht mehr als die beste Quelle bzw. als die vertrauenswürdigste Quelle. Das kann jetzt zum ersten etwas negativ rüberkommen, weil wir hätten das natürlich gerne aus Kryptosicht, wichtig natürlich nur aus Kryptosicht, nicht aus politischer Sicht oder sonst was, dass Donald Trump gewinnt. Warum? Ganz klar, das meinte auch Donald Trump selber, wenn Kamala Harris gewinnt, sind wir drei Tage vom Beginn einer Wirtschaftskrise wie 1929 entfernt. Wenn ich gewinne, sind wir drei Tage vor den besten Jobs, den höchsten Gehältern und der strahlendsten Wirtschaftszukunft entfernt, die die Welt je gesehen hat. Dementsprechend ist der Markt auch gehypt auf Donald Trump, falls er gewinnen sollte. Wir haben beispielsweise auch das Analysehaus Bernstein, die prognostizieren, dass Bitcoin 80k bis 90k erreichen könnte, falls Donald Trump die Wahl gewinnt, mit einem Ziel von 200.000 US-Dollar bis 2025, unabhängig vom Ergebnis. Und das ist doch mal schon mal sehr interessant. Meines Erachtens nach gibt Bernstein eine gute Analyse ab, mit der ich oftmals übereinstimme, so wie auch dieses Mal. Denn wir müssen hier auch zwischen den Zeilen lesen. Das heißt bezüglich des Titels, es wird eine Explosion geben, wenn Donald Trump gewinnt, davon kann man ausgehen. Aber der Grund ist ein ganz anderer, als du es vielleicht denkst. Denn Polymarket, wie gesagt, wir haben jetzt hier eine Wahrscheinlichkeit von 61% angegeben, dass Donald Trump gewinnen wird. Kamala Harris nur zu 39%. Aber man kann argumentieren, dass Donald Trump nur so weit vorne ist, weil man hier mit Geld wetten kann. Und schauen wir mal ein bisschen genauer hin, dann sehen wir es. Kryptowahle setzen im Vorfeld der US-Wahl massiv auf einen Sieg Trumps und halten auf Prognosemärkten über 50% der Jahr-Aktien. Was ist Polymarket? Ein Prognosemarkt, der insbesondere von Kryptoliebhabern genutzt wird. Das heißt, diese Ergebnisse könnten schon einmal verfälschen. Und ja, das klingt negativ und ja, vielleicht ist es das sogar. Das heißt, Polymarket gibt uns hier nicht die Information, dass es zu 100% zu eintreffen wird, zu dieser Wahrscheinlichkeit, sondern nur, was die Anleger gerne hätten. Das können wir hier, wie gesagt, perfekt lesen. 50% der Jahr-Aktien haben Wale von den 3,1 Milliarden US-Dallern Volumen, die hier drin sind. Das muss man sich mal vorstellen. Ansonsten gibt es auch weitere Vorwürfe gegen die Plattform Polymarket. Die sind ebenfalls auch vor kurzem rausgekommen hier. Da sie beispielsweise mit Wash-Trading ihre eigenen Zahlen manipulieren. Diese Vorwürfe kommen von Blockchain-Analysefirmen wie Chaos Labs und InstaDigital beispielsweise. Wobei Chaos Labs schätzt, dass rund ein Drittel der Aktivitäten auf Polymarket auf Wash-Trading zurückzuführen sind. Was natürlich eine signifikante Menge ist. Polymarket weist diese Vorwürfe natürlich zurück. Aber lässt einen das nicht zweifeln, dass diese Prozentanzahlen doch fake sind. Aber genau deswegen auch das Video, weil es ist vollkommen egal, wer am Ende gewinnt. Klar, es würde kurzfristig deutlich besser sein, wenn Donald Trump gewinnt, das ist klar. Weil wir aus diesen Informationen, die ich hier gerade auch gezeigt habe, ganz klar herausnehmen können, die Masse will Donald Trump sehen. Ich persönlich habe gehört, dass Wahlen und Umfragen da recht ähnlich sind. Das heißt eine 50-50 Chance. Und dementsprechend würde es meiner Meinung nach auch Sinn ergeben, da wir hier keine hundertprozentige Klarheit haben oder keine extreme Überlegenheit haben bezüglich Donald Trump vs. Kamala Harris, dass die Märkte pumpen werden, wenn Donald Trump führt. Und da würde ich persönlich auch ausgehen, dass der Markt genügend impulsive Bewegungen bekommt, um erstens mal wieder über das All-Time-High von 2021 zu kommen. Aber zweitens auch ebenfalls endlich das aktuelle All-Time-High brechen kann. Denn zum aktuellen Zeitpunkt wurde hier etwas Wind aus den Segeln genommen. Ich denke, das liegt aber auch daran, da die Wahlen so kurz vor der Tür stehen. Und warum sollte man jetzt in den Bitcoin investieren, wenn wir noch nicht die Information haben, hey, Donald Trump wird gewinnen. Und die Personen werden also Geld reinschmeißen, wenn Donald Trump gewinnt. Da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube nicht, dass es ein Selling-News-Event ist, auch wenn das sehr, sehr oft der Fall ist. Aber aufgrund den Erklärungen, die ich gerade gegeben habe, gehe ich nicht davon aus. Ich persönlich muss sagen, es sieht alles weiterhin gut aus. Denn schauen wir das mal an, wir sind immer noch endlich aus dem langfristigen Negativ-Trend ausgebrochen. Seit dem 6. September, wie gesagt, wo wir auch das höchste Volumen hatten. Was auch ein gutes Zeichen einer Trendumkehr ist, nebenbei. Aber wir sehen, dass wir Stück für Stück weitere Higher Highs gebildet haben, sowie Higher Lows. Und zum aktuellen Zeitpunkt befinden wir uns noch super in der Range. Und wir brauchen da keine Befürchtungen zu haben. Und wie gesagt, mit dem nächsten Anstieg, da kann es dann tatsächlich auch schon soweit sein. Wir brauchen nicht mal mehr lange. Ca. 8% und dann wären wir dort, wo wir sein wollten. Ansonsten wurden aber so oder so die Vorbereitungen schon getroffen. Aus der Konsolidierungsphase, die tatsächlich 244 Tage angedauert hat, sind wir nun endlich raus. Und das sieht auch nachhaltig aus. Ansonsten ist dieser Chart unfassbar spannend, aber da möchte ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ansonsten sehen wir aber auch, wie sich verschiedene Parteien vorbereiten. Vorbereiten beispielsweise bezüglich den Bitcoin ETF Lows, wo wir auch sehen, dass sehr hohes Volumen im Spotmarkt mit reingekommen ist. Zumindest sagen wir es mal in den Bitcoin ETFs. Und wir sehen auch, dass BlackRock weiter und weiter und weiter kauft. Was zum einen Retailer sind, aber auch institutionelle. Das heißt, wir sehen ein steigendes Interesse bezüglich Krypto, bezüglich Bitcoin. Und wir wissen aber ebenfalls, dass das Großteil des Volumens durch Perpetual Futures gemacht wird, auch im Kryptomarkt. Und dementsprechend ist es auch sinnvoll, sich die Liquidationen mal genauer anzuschauen. Und bezüglich den Liquidationen, die wir durch Short und Long Hebel erfahren können, sehen wir insbesondere innerhalb der letzten sieben Tage ein deutlich, deutlich höheres Interesse, Short Hebel zu liquidieren. Wir sehen es nämlich, wenn wir auf 76.000 US-Dollar kommen, dann würden wir 8,3 Milliarden an US-Dollar rausspülen, währenddessen wir bei 61.000 nur 2,7 Milliarden US-Dollar rausspülen würden. Auf 30 Tage sehe ich, sieht das Ganze nochmal etwas anders aus. Da hätten wir theoretisch immer noch mehr Long Liquidationshebel, die bis zu 60.000 US-Dollar liquidiert werden könnten. Und zwar bis zu 10 Milliarden US-Dollar. Aber was schön zu sehen ist, insbesondere innerhalb der letzten Woche, haben wir hier ein deutlich schöneres Bild gesehen, was uns theoretisch auch weiter nach oben katapultieren kann. Das heißt, die Voraussetzungen sind so oder so gesetzt. Jetzt kommt es, wie gesagt, nur darauf an, wer hier am Ende gewinnen wird. Da die Wahlen so kurz vor der Tür stehen, wie gesagt, nicht mal mehr sieben Stunden, ist eigentlich alles andere, was am Markt passiert, recht irrelevant, weil die Wahlen ein so Riesenthema sind. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch auch noch auf die Earnings drauf eingehen in dieser Woche, aber die sind so oder so nicht allzu groß. Das interessiert eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt insbesondere gar keinen. Aber ihr könnt euch das gerne anschauen, pausieren, wenn ihr das möchtet. Aber was passiert, wenn Kamala Harris gewinnt? Denn ich meinte im Teasel, die Explosion wird so oder so kommen und lebensverändernd sein. Und ich gehe auch davon aus, dass wenn Kamala Harris gewinnt, aufgrund des unfassbaren Hypes und des Interesses der Wahlen, wird es wahrscheinlich zu einem Strukturbruch führen. Und wir könnten wirklich einen recht stärkeren Crash erleben, der uns nochmal bis in diese Regionen hier führen kann. Zumindest sollten die Unterstützung dann nicht wirklich halten, da wie gesagt die Masse enttäuscht ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das heißt, wir werden dann nicht sofort ansteigen und ein All-Time-High brechen, weil da gibt es dann leider nicht mehr so viel Grund. Das würde dann noch aber leider dazu führen, dass wir nicht mehr in einem Aufwärtstrend hätten, sondern dass dieser gebrochen werden würde. Vielleicht würden die Altcoins dann noch stärker abfallen und die Bitcoin-Dominanz würde selbst in einem Crash noch weiter ansteigen. Wir sind hier, by the way, in sehr interessanten Regionen, wo ich mir persönlich auch eine Trendwende erhoffe. Beziehungsweise wo ich mir denke, hey, hier könnte eine Trendwende vonstatten kommen. Aber ich denke auch, dass das mit Donald Trump zusammenhängen kann. Das heißt, falls Donald Trump gewinnt, dann denke ich persönlich auch, dass die Altcoins explodieren werden, so wie der Bitcoin. Und wenn Kamala Harris gewinnt, werden wir sehr wahrscheinlich einen Strukturbruch erleben. Am Ende interessiert uns das aber nicht. Denn ich gehe so oder so davon aus, dass wir ein All-Time-High schlagen werden. Selbst wenn Kamala Harris gewinnt, heißt das nicht, dass wir in den Bärenmarkt kommen, sondern, und da müssen wir auch wieder das Positive sehen, falls wir wirklich, ich bin kein Hellseher, ich kann nur versuchen, verschiedene Optionen wahrzunehmen und zu prognostizieren, zu schauen, was sein könnte. Wenn wir hier runter crashen würden, auf 50.000 US-Dollar beispielsweise, vielleicht auch sogar ein bisschen weiter drunter, da wissen wir aus den vergangenen Videos, dass ein extrem starkes Kaufinteresse herrscht. Und was würde da wahrscheinlich passieren? Denkt ihr nicht, dass man Bitcoin zu 50.000 US-Dollar wieder einkaufen möchte? Ich hatte mir selbst damals gesagt, wo wir hier deutlich weiter unter sind, bis 50.000 US-Dollar würde ich Bitcoin noch kaufen, ist mir egal. Und das bedeutet, man hätte hier einmalige Einkaufschancen und ich kann mir hier dann eine Trendwende sehr, sehr gut vorstellen. Und insbesondere ab da würde ich mir dann sehr, sehr wahrscheinlich wieder einen Aufwärtstrend vorstellen können, der ein höheres Volumen hat und der den Markt schneller in Bewegung setzt. Das heißt, so oder so ist das Outcome eigentlich egal, weil es weiterhin positiv aussieht. Und da möchte ich auch gleich nochmal auf diesen Chart hier zu sprechen kommen, denn da bin ich auch schon im letzten Video drauf eingegangen. Hier, jetzt habe ich den nur mal ein bisschen schöner gemacht. Wir dürfen uns wirklich nicht verarschen lassen, denn jedes einzelne Mal, ich habe hier mal mit den Linien gekennzeichnet, den Start des Monats, sowohl Juli, August, September, Oktober als auch November. Und was sehen wir hier? Seit fünf Monaten, dass der Anfang immer korrigiert. Manchmal korrigieren wir auch schon am Ende des Monats, wir gehen das mal chronologisch durch, zum 1. Juli sind wir hier korrigiert, bis wir danach 31% angestiegen sind. Dann sind wir vom Juli zum August ebenfalls stark korrigiert und danach wieder angestiegen. Dann sind wir vom August zum Anfang September mal wieder korrigiert und danach wieder um 26% angestiegen. Genauso wie hier, vom September, Ende September bis Anfang Oktober korrigiert und danach wieder angestiegen. Oh, und der November macht hier schon wieder genau das Gleiche. Schaut euch das mal an. Vom 29. Oktober korrigiert. Wir wissen noch nicht, ob die Korrektur jetzt schon vorbei ist. Aber was können wir sehr, sehr wahrscheinlich auch wieder erwarten? Wir haben einen Anstieg. Und warum? Weil Wahljahr ist, weil das vierte Quartal ist und weil wir hier stetig ansteigen werden. Wir hatten es bisher noch nie, dass wenn der September im Grünen geschlossen ist, dass dann irgendein Monat, sei es Oktober, sei es November oder sei es Dezember, im Roten geschlossen ist. Und dass wir hier aktuell uns im Roten befinden, liegt daran, dass wir zum Anfang des Monats unterwegs sind und da sehr, sehr viel Geld noch zurückgehalten wird, weil erst mal abgewartet wird. Es gibt keinen einzigen Grund, jetzt den Bitcoin zu pushen, außer man hat Insider-Informationen. Ansonsten würde man sich ins eigene Bein schießen. Und wenn wir uns die langfristige Perspektive anschauen, da frage ich mich, wie kann man eigentlich permaberisch sein, falls man es denn überhaupt ist? Beispielsweise haben wir hier die Deutsche Telekom die Bitcoin-Mining ausprobiert. Wir wissen, dass die Deutsche Telekom sich generell stark in Krypto integrieren möchte. Ansonsten haben wir es auch gesehen, kurz vor der Wahl gab es nochmal einen sehr, sehr großen Anstieg bezüglich des Interesses des Bitcoins, wo insbesondere beim BlackRock ETF sehr viel eingekauft wurde. Dann stehen wir zwar kurz vor einem Bitcoin-All-Time-High, das Interesse des Marktes bezüglich dem Google-Trend-Index liegt aber extrem weit unten. Wir können hier mal drauf eingehen. Da sehen wir, der schwarze Chart ist der Bitcoin-Chart und der grüne Chart ist das Retail-Interesse. Und das ist unfassbar. Stellt euch mal vor, wenn das Retail-Interesse dann wieder ansteigt, was da für eine Explosion kommen wird. Wie gesagt, wenn Donald Trump kommt, gehe ich davon aus, dass das Retail-Interesse auch wieder ansteigt. Und falls Kamala Harris gewinnt, dann werden wir halt verzögert die Person an Bord holen. Nach dem Flash-Crash, der wahrscheinlich geschehen wird. Aber die Explosion wird so oder so kommen. Ich gehe so oder so von 100.000 US-Dollar mit Bitcoin aus. Und das wird viele Leben verändern. Insbesondere das Leben derjenigen, der diese Konsolidierungsphase wirklich mitgemacht hat. Weil ich kann euch eines versprechen. Jeder, der jetzt hier noch mit dabei ist, jeder, der sich tatsächlich noch aktiv Videos anschaut, ihr solltet eigentlich planmäßig gar nicht mehr hier sein. Man hat euch eigentlich abgeschrieben gehabt. Man hat sich gedacht, hey, die Phase war so ekelhaft, da muss doch jeder rausgehen. Da muss doch gar keiner mehr Bock haben. Selbst die Personen, die perma-bullish sind, hinterfragen einiges. Wenn man sich nicht auf die puren Datenzahlen und Fakten beruft. Ich meine, schreit das nicht nach einer puren Manipulation. Vier beziehungsweise fünf Monate hintereinander, dieselbe Masche und sie funktioniert. Und ich könnte euch hier noch viele weitere Informationen zeigen. Beispielsweise hier, dass die Südkoreaner 2,2% höhere Preise für den Bitcoin bezahlen, bezüglich dem Premium, da die FOMO kickt. Auch interessant, oder nicht? Ansonsten wollte ich die letzte Altcoin-News hier noch mit reinnehmen. Und zwar, Sui hat 26 Millionen aktive Accounts erreicht. Es ist ganz nett, man sollte es nicht zu überhypen, aber Sui ist auf jeden Fall sehr interessant. Sieht ein stetiges Wachstum, sieht also auf gar keinen Fall verkehrt aus. Es war auch die einzige Kryptowährung, die hier zweistellig gegangen ist, sogar ein Plus, währenddessen alle anderen Kryptowährungen in der Top 100 abgestraft wurden. Und ganz ehrlich, ich muss euch eigentlich nicht erklären, dass wir hier noch vor unserem explosiven Bullrun stehen, dass wir den noch nicht erreicht haben. Ich muss euch nicht erzählen, dass eines der wichtigsten Signale gerade aktiviert wurde im Oktober, und zwar der Ein-Wochen-Index, das Bullish Cross, was uns letztens über 160% Kursanstieg gegeben hatte. Muss ich euch auch nicht erklären, ich denke mal, das wisst ihr zumindest, wenn ihr den Kanal schon länger verfolgt habt. Ich hoffe, du konntest den maximalen Mehrwert mitnehmen, ich hoffe, du konntest dir so die Szenarien einprägen, aber die wichtigste Message in dem Video ist, dass wir so oder so eine Explosion erleben, und dass es nicht das Ende der Welt ist, falls Gemellerus doch gewinnt. So oder so, ich bin Bullish auf Krypto, und falls du kein weiteres Video mehr verpassen möchtest, noch kein Teil der Community, bis gerne ein Abo da lassen, dann würde ich auch schon sagen, und wir sehen uns bis hin zum nächsten Video. Peace out.